Das Touchboard arbeitet mit unterschiedlichen Stromkönnen. Wir haben zu einem die normale Batterieversorgung oder USB. Batterie sieht wie folgt aus. Wir haben meistens hier so ein kleines Batteriefach, wo dann zwei 3A Batterien drin sind und das können wir ganz einfach an das Touchboard anschließen und wir sehen, zack, es funktioniert. Die USB-Versorgung geht mit einem USB-Kabel, Typ Micro-USB. Können wir auch einfach anschließen und hier haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können zum einen eine Powerbank verwenden oder ganz normal USB, also 230 Volt auf 5 Volt USB-Adapter. Aber natürlich kann man das Kabel auch einfach in den Computer stecken und somit läuft das Touchboard auch.